Hallihallo ihr Lieben, hier ist der Marc von Opleprops aus der Cosplay-Werkstatt und heute zeige ich euch ein cooles neues Projekt, nämlich ich hatte das Vergnügen ein Manga-Cosplay zu unterstützen, und zwar den Charakter Ventus. Ihr seht hier, das Amulett, das dieser Charakter um seinen Hals trägt, ist eine richtig coole Nummer geworden. Das Ganze wird jetzt mit einem Magneten quasi direkt hier ans Kostüm befestigt, und so kann das wunderbar dann auf einer Convention getragen werden. Sieht irgendwie echt cool aus, hat so ein bisschen was von Tony Stark's Arc-Reaktor, aber ich bin begeistert, und jetzt darf es gleich in sein neues Zuhause. Hier zeige ich es euch nochmal im Close-Up. Richtig, richtig schön geworden. Auch noch mit so ein paar nicen Features, das heißt, um hier an die Beleuchtung, an die Energiequelle ranzukommen, gibt es einen kleinen Bayonettverschluss, den ich hier einfach öffnen kann, und schon bin ich in der Lage, quasi hier die obere Abdeckung abzunehmen und habe dann Zugang zur kompletten Technik des Moduls und kann es danach wieder verschließen. Wenn ihr auch so ein Projekt habt, dann zögert nicht, schreibt mich direkt an oder ruft mich an, und wir besprechen euer persönliches Projekt und setzen es in die Tat um. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald, euer Marc von Opleprops. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald, euer Marc von Opleprop.